Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Shadow Track und wir machen weiter mit dem sechsten Kapitel der neuen Kampagne. Dieses nennt sich die Macht der Nacht und es knüpft quasi an dem ersten Kapitel an, wo ja zur Erinnerung auf einmal Tyrande von irgendwoher kam, wo genau, das wissen wir nicht, weil das über eine Zwischensequenz gezeigt wird, die noch nicht implementiert wurde. Auf jeden Fall beschützt sie uns vor Sylvanas, aber sie wird komplett von der Macht der Nachtkriegerin eingenommen und Isera versetzt sie in einen tiefen Schlaf, um sie zu retten. Was dann danach passiert, das erfahren wir jetzt. In Korthia taucht auf einmal eine hübsche Nachtfeilschriftrolle auf, eine dringende Nachricht aus dem Adenwald und Isera ruft uns, weil sie mit uns eine äußerst wichtige Angelegenheit besprechen möchte. Deswegen sollen wir uns mit ihr dort treffen. Also nichts wie hin und sie sagt uns, dass dadurch, dass die Pakte jetzt enger zusammenarbeiten, Hulns Jagd erfolgreich war und er Hinweise auf zwei weitere Nachtkrieger in den Schattenlanden gefunden hat. Und wir sollen erstmal zum Grabmal des Witzens nach Maldraxxus reisen, wo er sich gerade befindet. Und sie sagt halt auch, dass wir uns beeilen müssen, weil Eluns Macht Tyrande zerreißt. Jetzt fragen sich eventuell die Spieler, die die Nachtfeilkampagne nicht gespielt haben. Hä, wer ist Huln und was? Mehrere Nachtkrieger und was passiert hier überhaupt? Ja, das ist ein leidiges Thema bei der neuen Kampagne im Patch 9.1. Man muss alle anderen Kampagnen gespielt haben, um alles zu verstehen. Das werdet ihr hier gleich in diesem Kapitel noch sehr oft merken, was ich ziemlich schlecht finde von Blizzard. Aber okay, hier gibt es jetzt zumindest eine Zusammenfassung von Isera. Also für die, die es nicht wussten, man hat Tyrnax gefunden, auch einen Nachtkrieger aus einer anderen Welt, der jetzt im Ardenwald ist. Denn er wurde durch die Macht des Nachtkriegers umgebracht tatsächlich. Und er hilft uns dabei, Tyrande zu retten. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass man quasi die Macht des Nachtkriegers in Tyrande oder der Nachtkriegerin, eher gesagt, bei Tyrande aufteilen muss. Auf mehrere Gefäße, auf mehrere Nachtkriegergefäße. Und wir haben die Hilfe von Huln Hochberg, das ist ja ein bekannter Name aus Hochberg, aus Litschen, hier getroffen im Ardenwald. Er ist hier auch eine Seele, die in den Ardenwald gekommen ist. Er ist ein Meisterjäger und er soll uns dabei helfen oder hat uns dabei geholfen, andere Nachtkrieger zu finden. Seine Suche war erfolgreich und nun sollen wir eben halt nach Maldraxxus gehen. Also machen wir uns auf den Weg. Vielleicht nochmal ein paar kurze Informationen. Also erstmal, was die Kampagne der Nachtfee angeht, da hat man sich sowieso die ganze Zeit gefragt, was jetzt mit Tyrande passiert, weil die hat relativ abrupt geendet. Tyrande war ja auch weg. Sie ist dann erst auf einmal wieder im ersten Kapitel dieser Patch 9.1 Kampagne aufgetaucht, was auch sehr seltsam war. Und wem der Name Huln Hochberg nix sagt, hier auch nochmal die Info, das ist halt ein berühmter Held der Tauren und natürlich auch der Namensgeber vom Gebiet der Hochberg auf den verhärten Inseln. Er half unter anderem im Krieg der Ahnen, den Schreckenslord Tychondrius zur Strecke zu bringen. Also schon eine prominente Persönlichkeit. So, nun sind wir beim Grabmal des Wissens angekommen. Huln begrüßt uns und sagt, dass er eben zwei Nachtkrieger gefunden hat. Einer befindet sich hier in Maldraxxus und er hat Aufzeichnungen zu einer Klinge in der Nacht gefunden, die nach Maldraxxus gekommen ist als Seele. Und wir sollen hier jetzt noch ein paar weitere Informationen herausfinden. Das tun wir also, hier liegen überall Bücher in diesem Turm herum, die müssen wir alle anklicken, dann passieren immer irgendwelche bösen Dinge. Und wenn wir dann mal ganz oben irgendwann angekommen sind, dann finden wir heraus, dass dieser Nachtkrieger, schrägstich die Nachtkriegerin, wohl ein Spion im Haus der Augen ist. Und dieser Spion kommt dann, denn es handelt sich dabei um Kalik, ein Ergebener oder ein Ergebene, weiß ich gerade gar nicht von Lady Vash, ich sage einfach mal er. Er ist ein Nachtkrieger gewesen in seiner Welt, dann ist er gestorben, seine Seele ist nach Maldraxxus gekommen, aber die Macht des Nachtkriegers ist immer noch so ein bisschen in ihm drin. Und er möchte uns tatsächlich helfen, aber erst wenn er seine jetzige Mission beendet hat. Deswegen sagt er uns, dass wir uns erstmal mit Lady Vash treffen sollen, am Sitz des Primus, um zu fragen, ob Kalik uns helfen darf. Und ja, da reisen wir es hin, und zwar mit unserer neu gewonnenen Flugfähigkeit. Vor einigen Kapiteln kann ich ja selbst durch Maldraxxus durchfliegen und wir steuern geradewegs auf Baronin Vash zu. Hier gibt es dann auch direkt einen Dialog. Lady Vash sagt nämlich, dass Kalik erstmal die Getreuen von Kel'Thuzad aus dem Haus der Rituale entfernen soll. Danach darf er uns dann mit der Nachtkriegerin Problematik helfen. Und auch hier wieder so eine unschöne Situation, wer nicht die Kampagne von Maldraxxus gespielt hat, die Paktkampagne, der weiß gar nicht, warum Kel'Thuzad jetzt auf einmal hier ist. Seine Gefährten, hä, wovon reden wir hier? Keiner weiß das, außer die Nekrolots und die Wenthien, muss man dazu sagen, weil die Story sich so ein bisschen gekreuzt hat. Und es gibt hier diesmal auch keine Zusammenfassung der Ereignisse. Naja, egal, wir bekommen hier jetzt ein paar Quests und sollen wie gesagt die Mission von Kalik beenden. Wir sollen ein paar Leute töten, ein paar Sachen sammeln, irgendwelche Anhänger von Kel'Thuzad jagen. Das ist eher ein unspannender Teil von dieser Kampagne. Wir gehen dann zum Haus der Augen und machen da alles kaputt. Und am Ende gehen wir dann zur Maggräfin Sin Dane und entlarven dort den Verräter in ihren Reihen. Sobald wir das alles erledigt haben, geht Kalik in den Adenwald und es taucht hier wieder so eine dringende Nachricht auf. Dieses Mal von Lady Mondbäre. Sie sagt uns, dass Hullen sich scheinbar Ärger eingebrockt hat in Revendreth. Und wir sollen ihn oder sie erst einmal in der Herrschaftsburg treffen. Also geht es auf nach Revendreth. Dort treffen wir Lady Mondbäre und Knüppelfratze. Die sagen uns, dass Hullen Ärger bekommen hat mit der Steinhauerin. Denn die lässt hier jetzt niemanden mehr rein. Nachdem die Schreckenslords zurückgekehrt sind, man nicht mehr weiß, wem man trauen darf. Was ja im letzten Kapitel alles passiert ist. Und wir müssen ihn jetzt erst einmal finden. Die beiden kleinen lustigen Dinger hier haben sich auch schon einen Plan ausgedacht. Wir sollen eine Verkleidung anziehen und dann durch die Herrschaftsburg wandern und nach Hullen suchen. Wir verkleinen uns dann als großer Gargoyle Lady Mondbäre als kleiner Mini-Gargoyle und können dann hier herumlaufen. Das ist auch ganz witzig gemacht, weil Knüppelfratze und Lady Mondbäre die ganze Zeit lustige Sprüche auf Lager haben. Man muss hier dann einfach nur mit ein paar Steingeborenen sprechen und versuchen Hinweise zu sammeln. Darf sich dabei nicht entdecken lassen. Irgendwann kommen wir dann lustigerweise zu Mal Ghanis, der ja gefangen genommen wurde. Also hier geht seine Story kurz weiter. Ja, und von ihm bekommen wir dann sogar eine Quest, denn er will uns überreden, dass wir ihn aus dem Käfig lassen. Von wegen, ich schenke euch Macht und so weiter. Das, was die Schreckenslords halt immer sagen. Und wir nehmen die Aufgabe erst einmal an, haben aber natürlich einen Plan dabei. Denn wir sammeln jetzt Siegel, womit man ihn freilassen könnte, um sie dann am Ende der Arrestaufseherin zu geben. Mit dem Hinweis, die lagen hier einfach rum und wir hätten den befreien können und irgendwer anders hätte das auch machen können. Sie dankt uns natürlich, dass diese Gefahr dann gebannt wurde und gibt uns den nächsten Hinweis, wo sich Huln befinden könnte. Mal Ghanis sagt im Hintergrund noch irgendwas von wegen, das werdet ihr büßen und ihr werdet dafür irgendwann bezahlen, dass wir ihm quasi nicht geholfen haben. Ganz witzig. Im Laufe dieser ganzen Geschichte kommen wir dann irgendwann in eine Krypta, wo eine zornige Seele festgehalten wird, die eigentlich als nächstes wieder für ihre Taten büßen soll. Das übernehmen wir dann tatsächlich, beziehungsweise eher gesagt Lady Mondbeere und Knüppelfratze, die so tun, als wären sie krasse Wenzier. Die wüssten, wie man halt Seelen büßen lässt. Das ist auch wieder sehr witzig alles gemacht. Es kommt dann dabei heraus, dass diese Seele scheinbar viele Mütter in ihrem wahren Leben getötet hat und somit viele Waisen dadurch entstanden sind etc. etc. Das ist aber alles nicht ganz so wichtig. Zumindest habe ich da nichts Wichtiges bei erkannt. Wichtig ist dann, dass nachher ein Stein geborener kommt und er sieht, was wir hier gemacht haben. Und wir tun so, als wären wir ein Reinigungstrupp, der nachdem irgendwer gebüßt hat, aufräumt. Und dann fragen wir auch, wo sich der aktuelle Eindringling befindet, weil wir dort halt auch aufräumen sollen. Und er sagt uns, oh, das ist gut, weil die Steinhauerin ist total außer sich. So hat er sie noch nie gesehen und da würde es sehr viel zum Aufräumen geben. Ja, und er sagt uns dann, wo wir hingehen sollen. Also können wir jetzt endlich zu Hulln gehen. Auf dem Weg treffen wir nochmal so ein paar andere Steingeborene, die auch total Angst haben, weil sie die Steinhauerin noch nie so gesehen haben. Also alles komplett übertrieben. Und dann endet hier leider erst einmal das bewegte Bildmaterial. Denn es gibt leider einen sehr unschönen Fehler auf dem PTR, wodurch man dort nicht hinkommt, wo man hin muss. Weil dann einfach immer das Spiel abstürzt. Manche haben diesen Fehler, manche nicht. Ich habe da sehr viel rumprobiert, aber konnte da einfach nicht hin. Ich könnte jetzt warten, bis das irgendwann mal gefixt wird. Aber ich wollte euch diese Questrate zeigen, weil gleich was sehr Wichtiges passiert. Glücklicherweise gibt es ja andere Leute, die das schon gemacht haben. Deswegen benutze ich jetzt hier so ein bisschen anderes Videomaterial. Die Credits sind unten in der Beschreibung, damit ihr seht, was hier passiert. Also wir kommen dann zur Steinhauerin uns zu Hulln und sie fragt sich, was er hier macht. Und wir erklären ihr, dass wir andere Nachtkrieger suchen, die halt ins Reich des Todes gekommen sind. Und diese ganze Thematik, dass sie jetzt so aufgebracht war, die tut ihr jetzt auch nicht mehr zur Sache. Keine Ahnung, was das überhaupt sollte. Auf jeden Fall wird sie uns helfen, denn wir erfahren jetzt eben halt auch, dass sie die Nachtkriegerin ist. Und das erklärt jetzt auch, wieso sie Mondfeuer und so weiter im vorherigen Kapitel eingesetzt hat. Und wieso Prinz Renathal sie Führerin von Elu... genannt hat. Sie ist nämlich die Führerin von Eluns Zorn. Sie ist auch eine Nachtkriegerin. Somit ist diese Frage also auch schon einmal beantwortet. Wir gehen dann in den Adenwald. Und Isera sagt uns, dass wir noch irgendwelche Vorbereitungen für das Ritual treffen müssen. Ein paar Sachen sammeln und so weiter. Das überspringen wir jetzt einfach mal und kommen direkt zur Sache. Denn nun beginnt das Ritual der Nacht. Und wir versuchen die Macht von Tyrande auf andere Nachtkriegergefäße aufzuteilen. Das Ganze ist dann auch so ein bisschen dramatisch und so weiter. Aber wir schaffen es ganz am Ende. Es kommt auch eine Zwischensequenz, die noch nicht implementiert wurde. Und danach, Trommelwirbel, ist Tyrande gerettet. Die Macht der Nachtkriegerin wurde gedämpft. Und sie erinnert sich wieder an alles und ist wieder sie selbst. Und nun erfahren wir auch noch, dass Tyrande mit Elun tatsächlich kommuniziert hat. Worüber sie aber leider erst einmal nicht spricht. Das kommt wohl später. Viel, viel wichtiger ist nun das allerletzte, was wir hier erfahren im Kapitel. Nämlich, die Winterkönigin sagt, meine Schwester, nach all der Zeit hat sie mich nicht verlassen. Und damit meint sie Elun. Somit ist die Frage beantwortet. Die Schwester der Winterkönigin ist tatsächlich Elun. Ihr erinnert euch vielleicht, während der Levelkampagne im Adenwald, ganz am Ende, wo Isera aus dem Wildsamen gerettet wird. Da sagt die Winterkönigin, dass Isera ein Geschöpf von ihrer Schwester ist. Wo man sich halt immer gefragt hat, what the fuck? Wer ist die Schwester der Winterkönigin? Ist es Elun? Ist es Eonar? Wer ist es? Ja, es ist nun Elun. Und mir schwirren jetzt auf jeden Fall sehr viele Fragen durch den Kopf, könnt ihr mir glauben. Bedeutet das jetzt, dass Elun zum Pantheon des Todes gehört? Ist Elun keine Erste? Ist Elun kein Titanin? Keine Naru? Wie von Khadgar einmal spekuliert? Oder ist sie trotzdem immer noch die Erschafferin der Naru? All das wissen wir jetzt nicht zu 100%. Doch meiner Meinung nach kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass Elun keine Erste ist. Denn dann würde die Winterkönigin sie ja nicht als Schwester bezeichnen. Doch ob sie nun wirklich dem Pantheon des Todes angehört, darüber lässt sich wahrscheinlich auch streiten. Wir wissen weiterhin nicht, wie die Ewigen eigentlich entstanden sind. Eventuell sieht die Winterkönigin alle Geschöpfe als Geschwister an, die die Führer von kosmischen Kräften sind. Somit wäre es möglich, dass Elun einer anderen kosmischen Kraft angehört. Nicht unbedingt der des Todes. Vielleicht ist sie dann eine Titanin. Vielleicht ein Naru. Vielleicht auch was ganz anderes. Elun ist verbunden mit der Natur und dem Leben. So wie die Winterkönigin auch. Vielleicht ist das Wort Schwester deswegen eher metaphorisch gemeint. Und dazu kommt dann ja auch noch, dass die Winterkönigin die Befürchtung scheinbar hatte, dass Elun sie verlassen haben könnte. Wieso? Gibt es da einen Grund für? Existiert Elun überhaupt noch? Schon oft gab es ja auch die Theorie, dass Elun vielleicht längst gestorben ist. Falls ja, hat der Kerkermeister was damit zu tun? Wieso ist die Träne von Elun eine der fünf Säulen der Schöpfung und die anderen vier Säulen haben die Namen von Titanen? Ist ja auch immer so eine offene Frage. Ich bin mega gespannt. Ihr könnt gerne mal eure Spekulationen unten in die Kommentare schreiben. Wir machen dazu auf jeden Fall auch nochmal ein Lorecraft Video in nächster Zeit. Generell über die ganzen Enthüllungen in dieser Kampagne. Aber das sollte es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ein Kapitel bleibt ja noch übrig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!